Leute, wenn es in der Nachbarschaft mal so richtig Ärger gibt, call not the police oder die Ghostbusters, call nobody. Dann kommt zur Abwechslung mal nicht Terrence Hill vorbei, sondern Saul Goodman. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Review auf diesem Kanal. Heute zur Abwechslung mal wieder zu einem guten Film. Ich habe gleich zwei unpopuläre Meinungen für euch. Erstens mag ich die John Wick Trilogie nicht wirklich und zweitens fand ich Hardcore Henry ziemlich geil. Okay, Kontext. Natürlich ist die reine Action in John Wick 1 bis 3 richtig, richtig, richtig großartig. Aber alles dazwischen, nennen wir es vorsichtig, Handlung geht mir einfach tierisch auf den Sack. Klar, ein Actionfilm braucht jetzt nicht unbedingt den mega smarten Plot, aber John Wick steckt voll mit dämlichen Gelaber über irgendwelche Killergesellschaften mit ihrem eigenen Regelwerk und so weiter und so fort. Es gibt ein 12 Minuten Video von Looper darüber, das sich nur mit der inneren Logik dieser Gesellschaft auseinandersetzt. Das ist einfach too much. Und für mich persönlich wirkt es einfach so sehr an den Haaren herbeikonstruiert und auf Pseudo-cool getrümmt, dass es mich dann tatsächlich immer wieder aus der sehr, sehr geilen Action herausreißt. Nobody macht nun genau diesen Fehler nicht. Im Gegenteil. Hardcore Henry oder Hardcore Regisseur Naishnuller oder so, ist ja auch egal, arbeitet mit einem Minimum an Exposition, Charakterisierung und Handlung und fokussiert sich komplett auf die Action. Mit Größen wie Leitsch und Bernard im Hintergrund sicherlich auch keine schlechte Idee. Ich verlinke euch da mal ein Nerd-Kultur-Video, was ganz interessant ist. Und selbst der Autor ist kein unbeschriebenes Blatt. Hier handelt es sich nämlich um... Derrick Kohlstand, also der Typ, der auch John Wick geschrieben hat, nur dass er diesmal seine 2.0 Version abliefert. Okay, böse Stimmen könnten auch behaupten, dass Nobody einfach ein John Wick Klon ist. Aber es ist halt genau der John Wick, den ich immer sehen wollte. Borstig, stumpf, brutal und blutig wie ein Faustfick mit einer Biese am Ratte. Ja, zu krass. hmm, hmm, demonetarisieren, hmm. Ja, nee, mach ich neu, ne. Tschüss. Böse, stumpf, brutal und blutig mit 90 Minuten poentiert und auf das Wesentliche fokussiert ein Actionfest vom Feinsten. Bei dem man den Stuntleuten offensichtlich mehr als zwei Stunden Zeit gegeben hat, die Sequenzen durchzuplanen und durchzuführen. Und natürlich übernimmt auch Saul Goodman einen großen Teil der eigenen Akrobatik eben ganz nach dem großen Vorbild Keanu Reeves. Obwohl eigentlich gefällt mir Hodenkirks Arbeit sogar ein bisschen besser, da er ganz im Sinne eines Indiana Jones auch mal in die Defensive gerät und ganz schön kassieren muss, bevor er sich dann natürlich wieder zurückkämpfen darf, um dem Gegner den Bart in Brand zu kloppen. Dadurch wirken die Prügeleien weniger poliert und glaubwürdiger als noch in John Wick, bei dem ich einfach immer das Gefühl habe, dass ihm seine Moves viel zu leicht gelingen. Stuckman hat das in seiner Review glaube ich auch gesagt, er wirkt ja fast gelangweilt darüber, wie einfach es ist, sich durch die Gegnerhorden zu ballern. Und ach ja, bevor ich es hier vergesse, geballert und gedrived wird natürlich auch. Auch das auf sehr hohem Niveau wollte ich nicht unterschlagen. Kameratechnisch gibt es indes sehr nice gefilmte Sequenzen, die die Action zum Glück unverwackelt einfangen. Man kann immer erkennen, ob Profis am Set sind, wenn man bemerkt, dass in den Punch hineingeschnitten wird und nicht aus den Punch heraus. Da gibt es auch ein geiles Video von Every Frame a Painting. Sehr interessant, verlinke ich auch nochmal unten. Ich habe so viele Links hier und das ist unglaublich. Und hey, wenn wir schon beim Schnitt sind, das ist für mich der eigentliche Star des Films, denn man bewegt sich hier wirklich zwischen Edgar Wrights visueller Comedy und Goodfellas, was die One-Takes angeht, was natürlich der Hardcore-Regisseur irgendwie mit sich bringt. Also es ist eine schöne Mischung von langen Einstellungen und wirklich gut gecutten, ja, Montagen. Fazit. Dieser Film ist purer Skill, kanalisiert auf das Action-Genre und dabei ganz offen und ehrlich nichts mehr und nicht weniger als das. Hier wusste jeder genau, was er will und liefert schnürkellos ab. Klar gibt es auch Schwächen wie die bereits angesprochene Handlung oder Figurenzeichnung, aber es wird zu jeder Zeit offensichtlich, dass diese Opfer absichtlich gemacht wurden, um genau diesen Film zu machen. Und hey, spätestens wenn sich Doc Brown mit zwei Schrotflitten Akimbo durch die Gegnerhorden metzelt, dürfte auch der Letzte bemerken, ob er nun auf der richtigen oder auf der falschen Party ist. Ob euch der Film also am Ende gefällt, ist tatsächlich eher Geschmackssache. Denn rein objektiv muss ich sagen, haben wir es hier mit einer Zierde seines Genres zu tun. Fragt sich am Ende nur, was mit Michael Ironside passiert ist und warum er aussieht wie ein Flanellhemd tragender Beluga. Ja, dicken Witze, lassen, ja, kommt nicht gut, ich wollte eigentlich zu den Dinos, nein, kennt keiner mehr, ja, ja, tschüss.